Hi Leute, endlich habe ich mich getraut, meine ersten Workshops online zu stellen. Aber nicht irgendwelche Workshops, sondern Station Shoot Workshops. Für die Leute, die meine Station Shoot Reihe von YouTube kennen, können sich schon ungefähr denken, worum es da geht in dem Workshop. Für alle anderen möchte ich das einmal kurz erklären. Am besagten Workshop Tag werden wir mit maximal 5 Teilnehmern und einem Model mit der S-Bahn durch Bielefeld fahren, an verschiedenen Stationen aussteigen. Diese Station werden wir per Zettel ziehen und gucken, fahren wir nach da, mit der Linie fahren wir in die Richtung, steigen wir in der ersten, zweiten oder dritten Station aus. Damit ihr auch seht, ich stelle mir auch selber die Challenge, euch zu zeigen, dass egal an welcher Station wir aussteigen, im Umkreis von 100 Metern ungefähr, werden wir eine coole Location finden, mit der wir super schöne Bilder zusammen mit dem Model erstellen können. Und nachdem wir verschiedene Stationen abgefahren sind, werden wir uns gemütlich im Lefeu in Bielefeld oben hinsetzen, den Laptop auspacken. Wenn ihr keinen eigenen Laptop habt, können wir das gerne an meinen machen. Alle Bilder sichten, ein paar Bilder auswählen und diese dann gemeinsam bearbeiten, sodass ihr dann auch schon mal ein Preset für die besagte Station und die anderen Bilder habt. Alle vier Workshop Termine werden in Bielefeld stattfinden. Ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere ist dabei, der sagen wird, Bielefeld gibt es nicht, ha ha ha, oder Bielefeld ist viel zu weit weg. Dann schreibt mir, aus welcher Stadt ihr kommt und ich werde dann gucken, welche Städte ich bereisen kann mit so einem Workshop. Auch für mich super interessant, mal in ganz anderen Städten mit der S-Bahn durch die Gegend zu fahren und gemeinsam mit euch coole Bilder zu machen. Wenn ihr euch jetzt denkt, und das hoffe ich ganz stark, wow, was für ein cooler Workshop, findet ihr alle weiteren Infos unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Bis dahin, macht's gut, ciao!